Bhagavad Gita, Vers 2.12 Niemals gab es eine Zeit, da ich nicht existierte, noch du, noch all diese Könige, noch wird in Zukunft einer von uns aufhören zu sein. Erklärung In den Veden, in der Kathar Upanishad und auch in der Sveta Shvatara Upanishad wird gesagt, dass der höchste persönliche Gott der Erhalter unzähliger Lebewesen ist und sie je nach ihren unterschiedlichen Lebensumständen entsprechend ihren individuellen Handlungen und der Reaktion auf dieses Handeln versorgt. Dieser höchste persönliche Gott ist auch durch seine vollständigen Teile im Herzen jedes Lebewesens gegenwärtig. Nur die Heiligen, die den gleichen höchsten Herrn sowohl im Inneren als auch außerhalb wahrnehmen, können tatsächlich vollkommenen und ewigen Frieden erlangen. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahu Nam Yo Vidathati Kaman Tam Atmas Tam Ye Nupasyanti Tirash Te-Sham Shantihi Shashwati Netare-Sham Kathar 2.2.13 Die gleiche vedische Wahrheit, die Arjuna verkündet wurde, wird allen Menschen in der Welt offenbart, die sich zwar als sehr glärt hinstellen, aber in Wirklichkeit nur über ein geringes Maß an Wissen verfügen. Shri Krishna sagt eindeutig, dass er selbst, Arjuna und all die Könige, die auf dem Schlachtfeld versammelt seien, ewige individuelle Wesen seien und dass er in Ewigkeit der Erhalter der individuellen Lebewesen sei, sowohl in ihrem bedingten als auch in ihrem befreiten Leben. Der höchste persönliche Gott ist die höchste individuelle Person und auch Arjuna, der ewige Gefährte des Herrn und all die dort versammelten Könige sind individuelle ewige Personen. Man sollte nicht glauben, dass sie in der Vergangenheit nicht als Individuen existiert hätten oder dass sie nicht ewige Personen bleiben würden. Ihre Individualität existiere in der Vergangenheit und ihre Individualität wird auch in Zukunft ohne Unterbrechung weiter bestehen. Deshalb gibt es für niemanden einen Grund zu klagen. Die Theorie der Mayavadis, dass die individuelle Seele nach der Befreiung, getrennt von der Bedeckung Mayas, Illusion, mit dem unpersönlichen Brahman verschmilzt und ihre individuelle Existenz verliert, wird hier von Shri Krishna, der höchsten Autorität, nicht bestätigt. Auch wird hier nicht die Theorie unterschützt, dass wir uns im bedingten Zustand Individualität nur einbilden. Krishna sagt hier ganz deutlich, wie es auch die Upanishaden bestätigen, dass in der Zukunft sowohl die Individualität des Herrn als auch die der Lebewesen ewiglich weiter bestehen wird. Diese Erklärung Krishnas ist maßgebend, denn Krishna kann niemals der Illusion unterliegen. Wenn Individualität nicht Wirklichkeit wäre, würde Krishna nicht zu sehr darauf verwiesen haben, wie es hier vor allem im Hinblick auf die Zukunft geschieht. Die Mayavadis mögen den Einwand erheben, dass die Individualität, von der Krishna hier spreche, nicht spirituell, sondern materiell sei. Doch selbst wenn man das Argument akzeptiert, dass diese Individualität materiell sei, wie wäre dann Krishnas Individualität zu verstehen? Krishna bestätigt, dass er in der Vergangenheit ein Individuum gewesen ist und er erklärt auch, dass er in der Zukunft ein Individuum sein wird. Er hat seine Individualität auf viele verschiedene Weisen beschrieben und erklärt, dass das unpersönliche Brahman ihm untergeordnet ist. Krishna war immer ein spirituelles Individuum. Wenn man glaubt, er sei eine gewöhnliche bedingte Seele mit individuellem Bewusstsein, dann ist seine Bhagavad-Gita als maßgebende Schrift wertlos. Ein gewöhnlicher Mensch mit den vier Mängeln menschlicher Hinfälligkeit ist unfähig, etwas zu lehren, was wert ist, gehört zu werden. Die Gita jedoch steht über solchen Schriften. Kein irdisches Buch kann mit der Bhagavad-Gita verglichen werden. Wenn man Krishna für einen gewöhnlichen Menschen hält, verliert die Gita jegliche Bedeutung. Die Majavadis argumentieren, die Vielheit, von der in diesem Vers gesprochen werde, sei nichts Außergewöhnliches und sie beziehe sich auf den Körper. Aber schon vor diesem Vers wird eine solche körperliche Auffassung zurückgewiesen. Wie könnte es für Krishna möglich sein, eine gewöhnliche Meinung über den Körper zu vertreten, nachdem er die körperliche Auffassung der Lebewesen bereits verurteilt hat. Daher besteht eine Individualität nur auf spiritueller Grundlage, wie es auch von großen Aceriyas wie Sri Ramanuja und anderen bestätigt wird. Es wird an vielen Stellen der Gita darauf hingewiesen, dass diese spirituelle Individualität nur von denen verstanden wird, die Geweihte des Herrn sind. Diejenigen, die Krishna als höchsten persönlichen Gott beneiden, haben keinen Zugang zu dieser bedeutenden Schrift. Wenn sich ein Nicht-Gottgeweihte den Lehren der Gita nähert, gleicht er einer Biene, die am Honigtopf leckt. Man kann den Geschmack des Honigs nicht erfahren, solange man den Topf nicht öffnet. In ähnlicher Weise kann auch das Geheimnis der Bhagavad-Gita nur von Gottgeweihten verstanden werden und, wie im vierten Kapitel des Buches bestätigt wird, von niemanden sonst. Auch ist die Gita Menschen nicht zugänglich, die auf die bloße Existenz des Herrn neidisch sind. Daher ist die Mayavadi-Auslegung der Gita eine höchst irreführende Darstellung der gesamten Wahrheit. Sri Krishna Chaitanya hat uns verboten, Kommentare der Mayavadis zu lesen, und er warnt uns, dass derjenige, der sich der Philosophie der Mayavadis zuwende, jede Fähigkeit verliere, in das wirkliche Geheimnis der Gita einzudringen. Wenn sich die Individualität nur auf das erfahrbare Universum bezöge, wäre es nicht notwendig, dass der Herr darüber lehrt. Der Unterschied zwischen der individuellen Seele und dem Herrn ist eine ewige Tatsache und dies wird, wie oben erwähnt, von den Veden bestätigt.